Musik Schön, euch wiederzusehen, Lieutenant. Ihr seid doch jetzt, Lieutenant. Ihr habt euch gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Ich bin wirklich froh, dass ihr die Zeit erübrigen konntet, dieses kleine Treffen zu besuchen. Es hat mich einige Mühen gekostet, es zu arrangieren. Im Namen der Republik, ich befehle euch aufzugeben. Wisst ihr, ihr wirkt wirklich bedrohlich über Holo. Vielleicht überlege ich es mir sogar. Darüber reden wir später. Ihr habt mir eine Menge Schwierigkeiten bereitet, Lieutenant. Einige bezeichnen euch sogar als meinen Erzfeind. War das euer Ziel? Was ist euer Ziel, Tavus? Warum tut ihr das alles? Mein Ziel, unser Ziel, ist der Kampf gegen das Unrecht. Die Niederstreckung der größten Mörder überhaupt. Tupfer. Sogar Käpt'n Andrik. Was stimmt nicht mit euch? Sie waren Helden, Lieutenant. Eure Gefährten haben die Republik verraten. Genau wie ihr. Ihr seid so dumm. In meiner ganzen Laufbahn gab es nur einen Gegner, der genauso lästig war wie ihr. Die imperiale Schattenfaust. Eine der besten Eliteeinheiten des Sith-Imperiums. Fünf der tödlichsten Agenten des Imperators. Bitte. Hört auf, bevor es noch mehr Opfer gibt. Ich habe gerade erst angefangen, Lieutenant. Der Chaos-Trupp und die Schattenfaust haben oft gegeneinander gekämpft. Es war ein ewiges Unentschieden. Wir waren die schlimmsten Feinde. Aber die Zeiten haben sich geändert, Lieutenant. Begrüßt meine fünf neuen Freunde. Glaubt ihr, dass ich diese fünf Typen nicht erledigen kann, Tavus? Das könnt ihr nicht. Es ist schon längst an der Zeit, dass ihr einen qualvollen Tod erleidet, Lieutenant. Lebt wohl. Das ist schon längst an der Zeit. Lieutenant, berichtet. Konntet ihr Tavus neutralisieren? Kein Tavus. Dafür aber die Schattenfaust. Unglaublich. Ein Hinterhalt der besten imperialen Einheiten und ihr lebt noch. Ihr habt ein militärisches Gerät von unschätzbarem Wert gesichert. Und das inmitten einer großen Gefahr. Das war gute Arbeit. Jetzt bleibt uns keine Wahl. Wir müssen vorgehen wie ursprünglich geplant. Unsere Techniker haben eure beiden letzten Ziele bestimmt. Tatooine und Alderaan. Ich erkläre euch die Einzelheiten, wenn ihr im Einsatzgebiet eintrefft. Reißt sofort ab. Gaza Ende. Wobei. Geber weg.